Hallo meine Lieben, ich habe eine kleine Info für alle Zahnärzte und Prophylaxe-Helferinnen unter euch. Und zwar werde ich am 23. September bei einer Online-Fortbildung mitmachen als Referentin. Und zwar ist es eine Online-Fortbildung organisiert von Curaprox. Curaprox stellt ja nicht nur Zahnbürsten her, sondern in erster Linie macht Curaprox Fortbildungen. Es geht dabei ums mechanische Biofilm-Management und ich mache die Fortbildung zusammen mit Professor Einwag aus Stuttgart. Und da Curaprox auf meine YouTube-Videos aufmerksam geworden ist und ich da ja ganz viel zum Thema Biofilm-Management erzähle und zum Thema Zahnpflege, wollte Curaprox mich gerne bei der Fortbildung dabei haben. Und da habe ich natürlich nicht Nein gesagt. Und ich freue mich da schon mega drauf. Das Ganze kostet ungefähr 99 Euro. Ihr bekommt dann aber eine Hydrosonic Pro Schaltzahnbürste geschenkt. Die bekommt ihr vorher nach Hause zugeschickt. Und damit ist es dann auch wirklich günstig. Und ihr bekommt für das Ganze noch zwei Fortbildungspunkte. Also es lohnt sich auf jeden Fall. Ich würde mich freuen, wenn ihr mitmacht bei der Fortbildung. Falls ihr am 23. September keine Zeit haben solltet, ist das auch überhaupt kein Problem. Die Fortbildung wird nämlich noch ungefähr zwei Wochen lang online bleiben. Also ihr könnt die auch noch zu einem späteren Zeitpunkt anschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr mitmacht. Und was meinen YouTube-Kanal anbelangt, da wird sich auf jeden Fall nichts ändern. Ich bin weiterhin nicht gekauft von Curaprox. Meine Meinung ist meine Meinung und daran wird sich auch nichts ändern. Ich freue mich einfach nur, dass ich auch auf einem anderen Medium, nämlich auf dieser Fortbildung, mein Wissen teilen kann und dafür sorgen kann, dass aufgeklärt wird. Also, wir sehen uns dann hoffentlich bei der Fortbildung wieder. Bis dann! Ciao!